Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Skihelme 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den Black Crevis Skihelm gewählt. Der Black Crevis Skihelm kommt mit zwei Visieren. Eines ist dunkel und bereits in den Skihelm integriert und ermöglicht eine gute Sicht. Das andere Visier ist orangenfarben und wird in einer Box geliefert. Es ist sehr nützlich bei schlechten Wetterbedingungen und kann leicht ausgetauscht werden. Darüber hinaus schützt das zweite Visier vor schlechtem Wetter, Schnee und UV-Strahlen. Der Black Crevis ist aus Polycarbonat, das es kratzfest, bruchsicher mit einer Antibeschlagbeschichtung macht. Somit ist es ein Helm, den Sie über viele Jahre hinweg nutzen können. Darüber hinaus ermöglicht das Innenmodulherstellungsverfahren dieser Ausstattung eine Struktur, die stabil genug ist, um Ihnen maximale Sicherheit zu bieten. Ebenso verfügt er über ein Belüftungssystem mit zwölf Öffnungen, das eine angenehme Frische in den Helm bringt. Damit Sie sich auf der Piste wohlfühlen. Darüber hinaus verfügt er über einen Innenschaum, der mit einem Klettverschluss entfernt werden kann. So kann er schnell und einfach gereinigt werden. Wie immer bei TopTik, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort sehen Sie alle anklickbaren Links zur Verfügung. Auf Platz 3 haben wir den Trespass Sky High Skihelm ausgewählt. Dieser Skihelm hat alles auf Sicherheit gesetzt, da er weiß, dass dies ein sehr wichtiger Faktor ist, wenn es um Skifahren oder Snowboarding geht. Zunächst einmal ist dies ein Modell, das ziemlich resistent gegen den Verschleiß der Zeit ist. In der Tat wurde er entwickelt, um Ihnen optimalen Schutz zu bieten, ohne dabei Komfort und Leistung zu vernachlässigen. Außerdem ist er auf einen starken Schaumstoffkern gefestigt mit einer starken Schale, die sowohl leicht als auch stark ist. Somit ist es ein Helm, der allen europäischen Sicherheitsstandards CEE N1077 Vorschriften erfolgreich trotzt. In diesem Fall haben Sie garantiert ein Accessoire von höchster Qualität. Außerdem verfügt der Sky High über abnehmbare Polster, die einfach angeklebt werden können, was an sehr kalten Tagen sehr praktisch ist. Außerdem gibt es eine Brillenhalterung, die aus einer Schnellverschlussklemme besteht, daher können Sie ihn leicht herausnehmen und wieder einsetzen. Auf Platz 2 haben wir den Bolle Backline Visor Skihelm ausgewählt. Optimale Sicherheitsausrüstung auf und abseits der Piste. Der Backline Visor Helm von Bolle schützt Ihren Kopf bei einem Aufprall und Ihre Augen vor der Sonne. Er ist ein 2 in 1 und wird in einem Visier der Kategorie 1 Slammen und einem Visier der Kategorie 3 Silver Gun geliefert. Somit bietet er Ihnen nicht nur eine Rundumsicht, sondern verbessert das Feld und ermöglicht eine tadellose Sicht zu jeder Zeit. Die Schale dieses Helms wurde aus ABS gefertigt. Dies fördert die Stoßdämpfung und den außergewöhnlichen Schutz. Darüber hinaus verfügt er über eine Ergonomie, die es Ihnen erlaubt, ihn auch mit Handschuhen zu bedienen. Ebenso passt sein modulares Belüftungssystem den Luftstrom für mehr Komfort an. Sie können auch die Größe dieses Werkzeugs sehr gut dank seiner integrierten Click-to-Fit-System anpassen. Letztendlich ist es ein Helm der Sicherheit und Komfort vereint und es Ihnen ermöglicht, sich die Zeit zu nehmen, um die alpine Landschaft zu bewundern, bevor Sie sich mit voller Geschwindigkeit auf die Skipiste stürzen. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rebatte, die wir im Internet für Sie gefunden haben, durch Anklicken der Links in der Beschreibung dieses Videos erhalten können. Auf dem ersten Platz haben wir den Skihelm mit Odoland Goggles gewählt. Wir haben auf dem ersten Platz einen schnellen, leichten, sicheren Helm, der sich im Handumdrehen einstellen lässt. Dies geschieht durch seinen Drehknopf, der nur gedreht werden muss, um ihn präzise einzustellen. So haben Sie eine sehr komfortable Schutzausrüstung. Ebenso für mehr Wohlbefinden enthält es Pads, die eine gewisse Dicke zu seinem Inneren bringen. Wir können auf diesem Helm das Vorhandensein von zwölf Belüftungslöchern sehen, die eine hervorragende Belüftung gewährleisten. Dieser Odoland zertifiziert ASTM F2024 und CE EN 1077 garantiert Ihnen Schutz gegen Schnee. Darüber hinaus sind seine Schale und die Gläser dieses Zubehörs mit besseren Qualitätsmaterialien hergestellt. So erfüllen Sie nicht nur alle Sicherheitszertifizierungen, sondern sind auch resistent gegen das Eindringen von Schnee und Stößen. Als Bonus wird er mit einer Tragetasche geliefert. Auf diese Weise können Sie ihn auf alle Ausflüge im Schnee mitnehmen. Ich lade Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um die vollständigen Spezifikationen zu erhalten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben. Wenn Ihnen dieses Video dabei geholfen hat, sich zu entscheiden, dann wäre es wirklich herzerwärmend, wenn Sie den Top Tech-Kanal abonnieren würden, um für kommende Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Top Tech. Ciao, ciao. Ciao.